So, und da geht's auch schon weiter mit Kapitel 19, Belagerung. Dann gucken wir mal, ob wir hier jetzt nochmal die Lazarewitsch-Leute alle umlegen können. Wahrscheinlich macht, der Armbrust macht One-Hit. Hälte ich bei dem benutzen sollen. Kann ich ihm Headshot geben. Danke. Kann ich jetzt noch den hier umlegen. Ja, 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 hier werden keine Granaten geworfen. Keiner von euch greift mich an. Ähm, sollten wir lieber hier die... Wir nehmen mal die AK. Die ist, glaube ich, ein bisschen... Lass sie in Ruhe! Oh, ich wollte. Der ist tot, denke ich mal. Nimm die Granate. Hat's den getroffen? Ne, der hat's nicht getroffen. Der hat das Ding hier treffen. Warum... Nimm mich. So, jetzt hat's gebrochen, aber jetzt war's mir viel, viel zu spät. So, der soll auch tot sein. Gehen wir hier rein. Oh, das war knapp. Weiß ich, wie es hier mit dem Typ aussieht. Vielleicht können wir den ja... Ausschalten. Ist neben mir einer. Ja, wir haben ihn, glaube ich, ausgeschaltet. So, wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Gucken, ob wir den auch... Zack. Pops. Dann müssen sie alle umlegen. Stirb, stirb, stirb. Ich will die M4, danke. M4 ist besser. Boah, ich hab gar keinen Aim. Ja, magst du auch noch ein bisschen mehr? Danke. So. Können wir hier mal gucken. Äh, was ist das da? Ja, die ist auch gut. Wenn wir da dran gehen. Boah, da kommen wir zu Donner. Stier, plastischen Ruhe. Oh, das ist noch ein Fall. Jetzt nicht mehr. Du kannst auch sterben. Du kannst auch sterben. Kommt noch einer? Ja, das ist noch einer. Kommt, schräft den Kopf, danke. Kommt noch einer? Ich glaub nicht, oder? Waren das alle? Ja, ich glaub, den anderen, den kriegen wir jetzt erstmal nicht. Wir gehen jetzt einfach mal so da runter. Und gehen mal gucken. So. Nein, die will ich nicht. Ich will die behalten. Oh, da sind ja noch welche. Ups. Ups. Die wollte ich eigentlich gar nicht benutzen. Aber können wir jetzt trotzdem machen. Und Parts daraus. Alles klar. Hier geht's nicht weiter. Wo steht der? Ah. Jetzt nicht mehr. Jetzt auch nicht mehr. Und der auch nicht mehr. Da war doch noch einer. Wo ist er denn? Ja, jawohl. Kennst du meinen Namen? Der ist tot. Und... Willst du kommen? Komm, komm, komm raus. Los. So, der ist auch tot. So, dann holen wir einmal... Vollgranate weg. Ja, Tenzin rennt direkt durch. Okay. Was von hinten? Lass mich in Ruhe. Kam hier noch einer? Ne, da kommt nix. Okay. Ähm. Ah, Tenzin macht die Tür auf. Oh. Servus. Oh, noch eine Granate. So. Weiße Tenzin fliegt weg, obwohl er viel weiter weg ist als ich. So. Servus. Den konnten wir einfach mal mit einem One-Hit machen. So, jetzt sind wir hier. Wo ist das? Ah, jetzt sind wir auf den Dächern. Okay. Können wir eine Granate reinwerfen? Können wir eine Granate? Hier, nimm. Die sollt eigentlich reichen. Anscheinend nicht. So, wo sind denn hier noch welche? Ah, da unten. Lass sie... Alle in Ruhe. Hier, nimm das. Wo sind noch welche? Oh. In den Rücken. Oh. Oh, das war ein Tuber. Okay. Der Tuber hat mir einfach... Der Tuber hat mich einfach genutzt. Wo auch immer er herkam. So, dann machen wir den kaputt. Steht da... Wo steht denn da noch einer? So, dann nimm ich einfach die Granate hier. Damit solltet ihr aber mindestens jetzt sterben. Kann man das kaputt schießen? Nee, kann man nicht. So, schmeißen wir den da rein. Kriegt er noch eine. So, tschüss. Da unten steht noch einer. Diesmal lassen wir uns nicht wegtuben. Fall runter, los. Tschüss. Wui. So, jetzt da steht noch einer. Wo ist der Tuber? Geh weg. Du gehst auch weg. Wo? Äh. Geh weg, du Tuber, du. Ja, genau. Tschüss. Den sammle ich jetzt auf. Wo sind die? Geh weg. Die töten wir noch mit der. Da unten ist auch keiner mehr. Nee. Oh. Tschüss. So, dann können wir da jetzt, glaube ich, denke ich runtergehen. Da ist nix mehr. Keine, keine epische Musik. Wo ist denn die Musik hier? Alles. Kann ich da dran jumpen? Oh. Kriegen sogar noch Money für die. Oh. Da war noch einer, oder? Stierb. Oh, sieben Money. Oh, wo geht Tenzin jetzt lang? Ah, hier. Ich komm mit Tenzin. Ah, da wohnt Tenzin anscheinend. Das ist das Haus von Tenzin. Hat ja schöne Bilder. Nee, der hat nur so... Komische Bilder. Er sucht nach seiner Frau anscheinend. Nein, nicht auf uns zielt. Bitte nicht. Spring, spring, spring. Bis. Und damit... geht's auch weiter mit Kapitel 20. Dann mach ich hier... Katze und Maus halt. Dann mach ich hier kurz einen kleinen Cut. Dann geht's auch direkt weiter. Also bis zum nächsten Kapitel. Ciao. Tschau. Resultat